Murmelmania heißt eine neue TV-Show und darin wird, ihr ahnt es, gemurmelt. Nicht mehr und nicht weniger. Wir finden mal raus, ob sich das zum Angucken wirklich lohnt. Fufis hier, Film und Fernsehen in Serie. Heute mit den zwei Jungs, die bei RTL die Murmeln beaufsichtigen. Kristall, moin. Moinsen. Und Buschi Buschbahn, hi. Hallöle. Buschi, warum will ich euch beim Murmeln zugucken? Ja, normalerweise, wenn du hörst, die zeigen jetzt Murmeln um 20.15 Uhr am Dienstagabend, dann sagst du, die haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Und ich kann nur sagen, wenn du dir das Ding anguckst und die Bahn siehst und jetzt wird ein Schuh draus. Wenn du die Dramatik erlebst, wie, wann, welche Murmel in welcher Bahn reagiert und wie es hin und her geht, dann verstehst du, wenn du eine Show gesehen hast, warum du aus dem Sulki gehst, wenn du das guckst. Ich schwöre dir, du sitzt am Ende da und fieberst mit Murmeln mit. Das ist so, tatsächlich. Ich kann nur sagen, gucken, mitfiebern, verstehen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber Chris, sag mal, würdest du sagen, dass das endlich wieder mal eine Show ist, die so, wie wetten das früher, über Murmeln ganze Generationen vor dem Fernseher vereint? Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Mareike Amado und Harry Weinfurt, die wirklich sehr höflich, sehr gediegen so da ankommen im Studio. Man lernt sich so nochmal kennen und schnackt ein bisschen. Und dann bist du in der Sendung und es geht so langsam los und dann merkst du beim Murmeln, wie sie ihre Murmeln anschreien. Los jetzt! Los jetzt! Und es ist halt so witzig, wie du einfach merkst, dass das Kind halt auch bei den Protagonisten komplett rausgekitzelt wird. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Wir haben da halt verschiedene Bahnen. Es gibt mehrere Runden, vier Runden insgesamt, bevor es zur Finalrunde geht. Und jede Runde besteht aus einer Geschicklichkeitsbahn, wo die Protagonisten dann zeigen können, was sie an der Murmel können. Und einer Glücksbahn, wo sie keinen Einfluss mehr haben. Sie haben sich halt gewisse Murmeln, eine Murmelanzahl erspielt, dann immer in der jeweiligen Runde. Und dann kommt es wirklich aufs Glück an, in wirklich spektakulären und sehr liebevoll produzierten Glücksbahn. Du murmelst aber nicht mit richtig. Du hast andere Aufgaben. Ich moderiere Murmelmania, bin da als Moderator und Komiker und leite durch die Sendung. Und das war es dann auch schon von mir. Dann geht es primär tatsächlich um die Protagonisten, um die Promis, die um den guten Zweck spielen. Und zwar für einen guten Zweck spielen. Um insgesamt 50.000 Euro geht es dann für die Promis. Und es ist halt so, dass jeder Promi eine Geschicklichkeitsbahn spielen muss. Und der Gewinner oder die Gewinnerin dieser Geschicklichkeitsbahn bekommt drei Murmeln. Der zweite oder die zweite Platzierte bekommt zwei. Und die letzte Murmel ist dann die Ehrenmurmel. Und so gehen die dann halt in die nächste Glücksbahn, halt mit drei, zwei oder einer Murmel. Und am Ende werden dann die Punkte zusammengerechnet. Und da kann man dann sehen, im großen Finale geht es dann um 6.000 Murmeln, die da runterkrachen bei diesem Finale. Das ist unfassbar. Und der oder die Siegerin hat dann 3.000 Murmeln insgesamt, die ins Rennen gehen. Oder 2.000 oder 1.000. Und wie gesagt, es geht um 50.000 Euro für einen guten Zweck, aufgeteilt in 10.000 Euro, 15.000 Euro und 25.000 Euro. Und kommentiert wird der ganze Kindergeburtstag von Frank Buschmann. Buschi, du machst auch wirklich alles, ne? Für nichts zu schade. Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich manchmal auch Bohnen beim Wachsen kommentiere. Das habe ich auch schon mal gemacht in Corona-Zeiten. Und ich habe Spaß dran, Dinge in Worte zu kleiden, in Worte zu bringen, wo der normale Sportreporter vielleicht sagt, bist du bescheuert, das ist doch albern. Und ich finde eben das nicht albern. Ich finde, das ist eine spannende Aufgabe, Dinge zu begleiten, die vermeintlich banal eine Kleinigkeit sind. Aber du durch deinen Kommentar zu einem echten Wettkampf hochjassen kannst. Das macht mir Spaß. Und das Schöne bei Murmeln Mania ist, ich liebe es ja zu spielen. Das heißt, es wird mal geflüstert, es wird mal ruhig gesprochen. Und wenn die Luzi abgeht, dann geht die Luzi ab, dann geht auch die Stimme hoch. Ich liebe das. Was geht denn bei dir eigentlich so in Sachen Murmeln? Du hast ja schon gesagt, du bist ein Spielkind, du spielst gerne. Hast du Murmeln? Ich habe, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich Murmeln Mania kommentieren möchte, tatsächlich im Keller gewühlt. Das ist kein Witz. Und habe geguckt, ob ich noch, ich hatte immer so eine ganz große, so eine ganz dicke Murmel. Die habe ich lange, lange Jahre gehabt. Ich fürchte aber, das ist mir jetzt dann in der Recherche aufgefallen, die ist verloren gegangen, glaube ich. Das war keine, die ich zum normalen Murmelspielen früher, also ich meine, das ist übrigens 45 Jahre her, dass ich diese Murmelspiele gemacht habe, die habe ich da nicht eingesetzt. Das war meine heilige Kugel. Die habe ich irgendwann mal von meinem Onkel geschenkt bekommen. Die habe ich lange im Kinderzimmer im Regal liegen gehabt. Und jetzt ist mir tatsächlich aufgefallen, die ist, entweder eine meiner beiden Töchter hat die irgendwo versteckt, oder aber sie ist tatsächlich verloren gegangen. Ich habe aber auch Jahre nicht mehr darauf geachtet, wo sie sein könnte. Wer macht das schon? Chris, verrate uns nochmal ganz kurz, welche Promis werden bei euch dabei sein und murmeln? Wir haben wirklich, auch bei den Promis, es ist komplett bunt gemixt. Wir haben Frauke Ludewig, Roche Gonzalez, dann aber auch Newcomer, wie zum Beispiel bei Let's Dance reißt sie gerade ab, Lola Weipart. Wir haben eine Formel-1-Riege in der Sendung mit Kai Ebel, mit Heiko Wasser und Florian König. Wir haben, auch ein Pommes ist dabei. Es ist wirklich komplett durchgemixt und alle hatten halt extrem viel Spaß. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich das dann anschauen, genauso viel Spaß hatten wie vor Ort. Und Buschi, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, welche Promis haben dich geflasht oder überrascht mit ihren Murmelkünsten? Bei Murmelmania ist es wie im richtigen Leben. Du erkennst sofort den Leistungssportler, das ist Fakt. Du wirst keinen ehemaligen Hochleistungssportler finden, der nicht ehrgeizig ist. Und du erkennst die Leute, die so im Kleinen so verbissen sind. Die erkennst du auch ganz schnell. Auch wenn wir hier bei RTL sind, sage ich das Beispiel mal. Es gibt mehr kleine Stefan Raabs, als alle da draußen glauben wollen. Und das kommt bei Murmelmania auch so ein bisschen durch. Sagt Frank Buschmann. Gemeinsam mit Chris Teil moderiert er die neue Show Murmelmania bei RTL. Zu sehen am Dienstag, dem 11. Mai im Fernsehen und bei TVNOW. Danke euch beiden, dass ihr Zeit für uns hattet. Tschüss. Danke. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.